Leute, willkommen zu einem neuen Part von Final Fantasy 0. So, ich muss euch bestimmt, warum ich hier stehe. Und zwar, es ist volles passiert. Ich war auf dieses Muschum schon geschafft gehabt. Ich war auch schon in der letzten Mission von IMEG. Nur, das hat Frems nicht aufgenommen. Ich zeige euch jetzt schnell, was passiert ist. Und zwar, ich stand ja hier. Hier standen wir ja. Ich bin dann hier rauf. Ich habe diesen Bunker aufgeräumt mit diesen Traktoren. Ich bin dann hier rüber und hier rüber. Und es steht jetzt hier. Und hier sind die drei Kürze, die bringen sie den Kampfhörf von hier zu diesem Flugzeug hier. Und 17 muss ich auch machen. Und ich muss also überleben. Und die WA mit diesem Kürze zerstören. Wenn der Kürze zerstört, ist es nicht schlimm, dann kommt hier ein neuer raus. Also diesen Ding. Der Kürze zerstört wird. Ich muss natürlich die WA aufhalten, damit sie mich nicht zerstören. Ich muss durchhalten, bis alle Kampfstoffe verlassen sind. Und ich habe noch 17, habe ich noch. Und pro Ecke kommt einer, ist einer weniger. Der hat schon Energie verloren. Keine Ahnung warum. General, unsere Feinde haben Verstärkung angefordert. So, jetzt kommen sie. Gute Arbeit, General. Wir brauchen nur noch 15 Chemikalienproben. Ich denke, er ist zu mir. Wir haben einen Krieger verloren. Scheiße, ist er dann getötet. So, wir brauchen nur 15 Kampfstoffe. Ähm. Machen. Immerhin kommen sie auch von hier, kommen sie vom Bein sein. Ja, aber Moment. Was meine ich? Wir haben einen Krieger verloren. So, ist hinter den Knäuer rausgekommen. 12 Kampfstoffe, nur noch Leute. Leute, das klappt. Das schaffen wir auf jeden Fall. Denn die Kampfstoffe, alle Verlautern haben es geschafft. Wir müssen nur durchhalten. Heißt, ich darf keine Einheiten verlieren. Und jetzt werden sie nochmal richtig fett angreifen, ja? Das weiß ich. Jetzt werden sie von der Seite kommen und von der Seite. Von beiden Seiten kommen sie jetzt. Bin ich mir fast sicher. Ende war, am Ende war das ziemlich heftig, ja? Ende war das ziemlich heftig. Es geht los. Was sagt ihr dazu? Juhu. Er braucht ein Flugabwehrgeschützer, General. Die Comanchigans machen kein войnt aus uns. Oh, vorsichtig. Das geht's. der leck euch noch stark dass die es aufnehmen ja ob das selbst aufnehmen ich hoffe es nur noch 7 wenn die anderen dinge sind ist echt nichts also muss ich sagen das geschütz hier ist schon hilfreich also wenn ihr nicht so macht nehmt das geschütz auf jeden fall ein das ist schon hilfreich meiner meinung noch gute arbeit general wir brauchen nur noch 5 chemikalien proben um wir haben einen krieger verloren jetzt kommen sie volle kanne ja und bum 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 alles im arsch alles alles töten viel kampfstoffe wir müssen uns hier sammeln ja wir haben einen krieger verloren fuck das war es jetzt oder eins zwei drei warum bleibst du hier stehen jetzt sind sie da hinten wir haben einen krieger verloren was für die scheiße sind sie da hinten ja genau wir haben einen krieger verloren wir haben einen krieger verloren wir haben einen kampfstoff noch ein kampfstoff noch ja dann hätte ich es geschafft ja der hier wird es machen hoffe ich wir haben einen kampfstoff aber das leckt dann leckt dann leckt das so das leckt heftig leute warum leckt das jetzt so das ist vorbei ok oh oh schnell hier rüber lass sie nur lass sie nur er schafft jetzt er schafft jetzt ich hab's Leute ich hab's ich hab's wir haben die proben wir sind stark klar Roger Hackete Vergleichsfortsätzen wir halten uns den Rücken frei Haltet sie uns vom Hals verschwindet die hellelenden Wern so leicht geben wir nicht auf the rest los 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 lass uns erst den Stub los 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 das war es das war die mission ich habe meinen timer nicht gestellt ich werde jetzt den party beenden ich weiß nicht seit ich gehabt habe keine ahnung auf jeden fall haben wir es geschafft ich werde die menschen die kürze die wir uns angucken und dann werden wir den park beenden auch für die letzte mission der stützpunkt des asiatischen paktes wird schon bald uns gehören sie greifen unsere rechte flanker an wo bleibt die verstärkung so leute da sind wir jetzt uns wir können alles bauen was der sein aufbauen können das ist sehr gut wir nehmen das hier okay sollte hier speichern wir jetzt hier die gewünschte schon da ich bin speichern spiel speichern sollte wir machen das ist sofort weiter ich gucke ob er aufgenommen hat bis zum nächsten mal nicht vergessen müssen sie immer kommentieren zahlen und nicht abonnieren bis zum nächsten mal tschüss